Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Set-Preview. Wir werfen heute den ersten Blick auf neue Karten aus Savage Strike. Wir haben ja bereits die TG-Karten angeschaut, haben uns die Freak-Karts aus diesem Set angesehen. Wir kriegen aber noch ganz viel Support für andere Themen, beispielsweise für Trickstar oder Salamon Great, aber eben auch für die Shiranui und die schauen wir uns heute an. Denn dieses 100-Karten-Set, was wir hier vor uns haben, bietet doch einiges an Support für die guten Shiranui-Karten, die wir bereits haben und ja, dürfte das ein oder andere Fun-Deck von euch gerne ein bisschen aufwerten. Im Set sind diese Karten enthalten, es sind an der Zahl 9 Stück. Die schauen wir uns heute alle einzeln zusammen an. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich schon sehr drauf. Es gibt einige interessante Karten hier drin und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange drum rum. Wir legen gleich mal los. Wir haben als erstes Shiranui Spectral Sword of Sunset. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten. Dann wähle zwei deiner verbannten Zombie-Monster, darunter ein Shiranui-Monster, außer Shiranui Spectral Sword of Sunset. Beschwöre sie als Spezialbeschwörung in Verteidigungsposition, aber ihre Effekte werden annulliert. Zusätzlich kann sie für den Rest des Spielzugs keine Monster beschwören, außer Zombie-Monster. Ein interessanter Effekt. Man kriegt damit halt dann relativ schnell seine verbannten Zombies zurück aufs Spielfeld und kann vielleicht direkt eine Synchrobeschwörung machen. Kriegt hier aber auch das Spektral Sword in den Friedhof und kann es dann nachher vielleicht weiterverwenden als Zombie. Also Tributieren ist eigentlich immer eine ganz passable Variante für Zombies, um ihre Effekte zu aktivieren, weil man sie halt einfach aus dem Friedhof wieder zurückbekommen kann. Das Spektral Sword selbst ist ein Empfängermonster. Das macht es auch nochmal ein bisschen interessanter. Aber für mich wirklich interessant ist dieses Opfere, dann Beschwöre zwei, dann verbannten Zombie-Monster. Es muss nicht zwei Shiranui-Monster sein. Es kann auch nur ein Shiranui und ein anderes Monster sein. Ihr könntet da alles mögliche spielen. Ihr könntet beispielsweise das Black Spreader Zombie benutzen, der sich ja selbst banished, nachdem er aus dem Friedhof gespecialt wurde. Und so im Prinzip den wiederverwerten. Und ich bin sicher, ihr findet noch ganz andere Eseleien, die mit dieser Karte hier möglich sind. Und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Es ist ein bisschen schade, ob man es nur einmal pro Spielzug machen kann. Alles andere wäre aber wahrscheinlich auch ein bisschen zu stark gewesen. Ich meine, ihr könntet dann sie beschwören, opfern. Zwei Monster-Specialen, die werden dann vielleicht gebanished, weil ihr sie wiederverwertet für die Shiranui-Kombos. Wenn ihr dann Shiranui-Spektral Sword irgendwie zurück aufs Spielfeld bekommt, beispielsweise durch einen verbannten Shiranui-Solitaire, habt ihr einfach die Möglichkeit, das nochmal zu machen. Das wäre schon relativ stark. Ich hätte es ihnen aber gegönnt. Ich habe so das Gefühl, Konami ist bei den Shiranuis drauf und dran, gute Effekte zu machen, hat aber irgendwie Angst, dass die ausarten und macht dann immer noch so ein Once-per-Turn-Ding rein oder macht sie unnötig schlechter, als sie eigentlich sein müssten. Was ich ein bisschen schade finde. Ich finde eigentlich, Shiranui hätte durchaus verdient, mal Meta zu sein, um mal ein bisschen zu dominieren. Das wäre meiner Meinung nach absolut in Ordnung. Wir hatten schon lange kein wirklich dominierendes Zombie-Deck mehr. Ah ja, gut. Kommen wir zur nächsten Karte. Shiranui-Sensei. Ja, auch das ist eine interessante Karte. Monster mit 600 Angriffspunkten und zwei Stufensternchen. Natürlich ist es auch hier ein Zombie vom Attribut Feuer. Falls sich diese Karte in einem Friedhof befindet und du zwei oder mehr Shiranui mit unterschiedlichem Namen kontrollierst, du kannst diese Karte als Spezialbeschrung beschwören, aber verbanne sie, falls ihr das Spielfeld verlässt. Falls diese Karte verbannt wird, du kannst ein Zombie-Monster wählen, das du kontrollierst. Das erhält bis zum Ende des Spielzugs 600 Angriffspunkte. Du kannst jeden Effekt von Shiranui-Sensei nur einfach im Spielzug verwenden. Ja, auch hier wieder ein interessanter Effekt. Ihr müsst ihn ja eigentlich nur in den Friedhof bekommen, zwei Shiranui-Se aufs Spielfeld stellen und mit denen dann eine Synchro-Beschwörung machen, inklusive Sensei. Sensei wird dann aus dem Spiel entfernt, aktiviert seinen Effekt und euer Synchro-Monster kriegt einfach mal so 600 Punkte dazu. Das ist nicht der stärkste Effekt, aber es ist ein ganz nützlicher Effekt, wenn ihr mit dem Beat-Sticks klarkommen müsst und eure Monster einfach ganz bisschen zu wenig Angriffspunkte haben. Eine interessante Karte meiner Meinung nach, genau wie die nächste, Shiranui-Spear-Ritualist. Ja, nicht Spiritualist, sondern Spear-Ritualist, also eine Handspielung auf den Speer, den sie hat und folgender Effekt ist dabei. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Shiranui-Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck beschwören. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs keine Monster beschwören, außer Zombie-Monster. Falls diese Karte verbannt wird, du kannst eine Karte ziehen, dann wirf eine Karte ab. Du kannst sie im Effekt von Shiranui-Spear-Ritualist in einem Spielzug verwenden. Auch hier interessanter Effekt. Ein bisschen schade, dass sie die Normalbeschwörung benutzt. Macht hier drin aber nicht so wahnsinnig viel aus. Ihr habt im Prinzip zwei Monster, die ihr normalbeschworen haben möchtet. Das ist einmal der Solitaire, der euch einen anderen Zombie aus dem Deck rausholt. Und halt eben die hier, Spiritualist. Spiritualist finde ich sogar noch ein kleines bisschen interessanter, denn sie beschwört euch einfach ein zusätzliches Monster von der Hand oder vom Deck, ohne dass ihr sie vorher unopfern müsst. Also ihr habt direkt euer Material da. Es ist halt begrenzt auf einen Shiranui und nicht auf einen Zombie-Monster. Das macht es ein bisschen weniger, ja, generic. Trotzdem ist es eine gute Karte. Ihr könnt beispielsweise Spiritualist beschwören, euch einen Solitaire aus dem Deck specialen, den dann opfern und ein weiteres Monster suchen. Oder aber ihr nutzt die Tatsache, dass ihr gleich zwei Shiranui auf dem Spielfeld habt mit einer Normalbeschwörung, dafür den Sensei in eurem Friedhof zu triggern. Also ihr habt viele, viele Möglichkeiten hier und deswegen eine interessante Karte, die einiges an Kombos ermöglicht. Kommen wir nun zum ersten Synchro-Monster in diesem Video. Shiranui Skill Saga. Ein 1900 Angriffspunkte starkes 5-Stern-Synchro-Monster. Was jetzt nicht gerade viel ist, wenn man ein 5-Stern-Synchro-Monster so vergleicht mit anderen Sachen, die man so hat. 1900 ist eher an der unteren Grenze. Beschwören könnt ihr es mit einem Empfänger- und einem Nicht-Empfänger-Monster. Was ihr dafür benutzt, ist völlig egal. Also ein Generic Synchro-Monster ist immer schön. Ihr könnt Shiranui Skill Saga nur einfach Spielzug als Spezialbeschwörung beschwören. Ihr könntet aber theoretisch mehrere gleichzeitig Spezialbeschwören, wenn ihr beispielsweise das mit Soul Charge vom Friedhof ausmachen würdet. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Monster auf dem Spielfeld wählen. Ändere ihre Kampfposition. Okay, nicht hübel. Falls diese Karte verbannt wird, du kannst eine Shiranui-Spielmarke, Zombie, Feuer, Stufe 1, Angriffs- und Verteidigungspunkte gleich 0, als Spezialbeschwörung beschwören. Du kannst diesen Effekt von Shiranui Skill Saga in eurem Spielzug verwenden. Immer schön, wenn man Tokens bekommt. Das kann man in der Link-Ära definitiv gebrauchen. Zumal wir auch noch ein Link-Monster bekommen von den Shiranuis. Dazu dann später gleich mehr. Und ihr habt eben auch die Möglichkeit, die direkt dann für Synchro-Beschwörungen selbstverständlich zu benutzen. Es sind zwar Stufe 1 Monster, aber auch die können euch unter Umständen helfen, die Leiter ein bisschen weiter hochzukommen. Ja. Kommen wir zur nächsten Synchro-Monster-Karte. Shiranuis, Kie Saga, das Choir-Saga. Ich glaube, spricht man es aus. Ein 2.100 Angriffspunkte starkes Stufe 7 Monster, was auch eher an der unteren Grenze ist, wenn wir mal ehrlich sind. Auch hier braucht ihr keine speziellen Bedingungen. Ihr braucht einfach nur einen Empfänger- und Nicht-Empfänger-Monster. Und auch ihn hier könnt ihr nur einmal pro Spielzug als Spezialbeschwörung beschwören. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Monster vom Friedhof oder offen von einer Spielfeldseite verbannen. Dann kannst du die folgenden Effekte der Reihe nach ausführen, entsprechend der Karte, die du verbannt hast. Hier ist natürlich ganz klar die Idee, dass ihr ein Shiranui-Synchro-Monster verbannt, beispielsweise den Skill-Saga von vorher, und so nicht nur alle eure Monster um 300 pusht, sondern auch noch eine zauberende Fallenkarte und ein Monster zerstören könnt. Also gleich alle drei Effekte in Reihenfolge abarbeiten könnt. Das ist natürlich cool. Räumt euch so eine Backrow weg. Räumt ein Monster weg, das vielleicht euch im Weg steht, weil es nicht zerstört werden kann oder weil es einfach einen Effekt hat, der euch behindert. Und ihr könnt dann auch noch eure Monster pushen, die ihr derzeit kontrolliert, was auch nicht allzu schlecht ist. Kommen wir zum Link-Monster. Shiranui-Splended-Saga. Ja, interessante Link-Pfeile. Hoch, runter und nach links. Links haben wir auch nicht so häufig, aber hey, okay, es ist ein Link-3-Monster. Mit Link-4 wäre es natürlich auch cool gewesen, da hätten wir wahrscheinlich die Link-Pfeile in alle Richtungen gehabt, aber hey, Link-3 ist auch völlig in Ordnung. Ihr braucht zwei oder mehr Zombie-Monster für die Beschwörung von diesem Monster hier und habt folgenden Effekt zur Verfügung. Synchro-Monster, die du kontrollierst, können nicht durch Karten-Effekte zerstört werden. Zusätzlich können Feuermonster, die du kontrollierst, nicht durch Kampf zerstört werden. Dieser Absatz hier macht eure ganzen Shiranui-Synchro-Monster komplett immun gegen Zerstörung durch Kampf- und Karten-Effekte, was super praktisch ist, denn alle sind Feuermonster, alle sind Synchro-Monster, alle haben diese Effekte, die euch quasi weiterhelfen. Also ihr müsst die Synchros danach eigentlich vom Feld loswerden, oder euer Gene muss sie loswerden, indem ihr sie entweder bouncet, verbannt, was auch nicht bei allen eine gute Variante ist, oder einfach die Splendid Sarga zuerst wegbekommt, denn die schützt sich ja leider nicht ganz so stark selber. Während des Spielzugs deines Gegners, Schnelleffekt, du kannst eins deiner verbannten Zombie-Synchro-Monster wählen, beschwöre es als Spezialbeschung einer Zone, auf die diese Karte zeigt. Du kannst diesen Effekt von Shiranui-Splendid Sarga nur einfach auf Spielzug verwenden. Ja, auch praktisch, ein verbanntes Zombie-Synchro-Monster, wiederbeleben ist immer nice, gerade im Shiranui-Deck, wo wir so viel mit Verbannen und mit Synchro-Monstern arbeiten, und das kann euch ja einige interessante Kombos ermöglichen, definitiv. Kommen wir zu den Zauberkarten. Shiranui-Story-Saga. Falls dein Gena-Monster kontrolliert, wirf ein Zombie-Monster von deiner Hand ab, beschwöre ein Shiranui-Monster mit einem anderen Namen als das abgewaufene Monster, als Spezialbeschung von deinem Deck oder Friedhof. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs keine Monster-Spezialbeschung beschwören, außer Zombie-Monster. Du kannst nur ein Shiranui-Story-Saga pro Spielzug aktivieren. Es ist eine Schnellzauberkarte, das heißt, ihr könnt sie auch im gegnerischen Zug benutzen, was interessant ist und euch ein paar Möglichkeiten eröffnet, würde ich sagen. Cool ist es halt, weil ihr eben die Möglichkeit habt, auch Monster aus dem Deck zu beschwören. Das ist so eine Art ein bisschen schlechterer Emergency-Teleport, würde ich sagen, und wir wissen alle, dass die Karte zu ihrer Zeit wirklich sehr, sehr viel für das Eye-Deck oder für die Synchro-Decks ganz allgemein gemacht hat, zusammen mit Cree-Mons. Und genau in der Schiene sehe ich auch die Shiranui-Story-Saga. Ihr könnt euch so einen Tuner direkt aus dem Deck aufs Spielfeld knallen, dann beschwört ihr vielleicht noch euren Spiritualist, um euch noch ein weiteres Monster zu holen und schon habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht, um ein einigermaßen akzeptables Feld aufzubauen. Ein bisschen schade ist natürlich, dass ihr gegner Monster kontrollieren müsst, auch ein bisschen hinderlich ist, dass ihr es in Zombie-Monster abwerfen müsst und nicht einfach irgendein Monster. Das macht die Hybrid-Varianten ein bisschen schwieriger. Aber auch das ist eigentlich völlig in Ordnung. Nächste Karte, Shiranui-Style Succession Formation. Der Name dieser Karte wird zu Shiranui-Style-Synthese, solange sie auch noch auf dem Spielfeld liegt. Einmal pro Spielzug, du kannst eine der folgenden Effekte aktivieren. Verband ein Zombie-Monster an einem Friedhof. Die normale Spezialbeschreibung deiner Zombie-Monster kann für den Rest dieses Spielzugs nicht negiert werden. Okay. Wir kriegen also garantiert unsere Monster aufs Spielfeld, was sehr praktisch ist. Wir kriegen so Splendid-Sager garantiert raus, ohne dass sie irgendwie gestrikt wird oder sonst irgendein Blödsinn damit passiert. Und wir kriegen auch die Effekte von Spiritualist beispielsweise durch. Also das hier schützt eure Effekte und eure Beschwörungen sehr effektiv. Der zweite Effekt ist auch nicht übel. Wähl ein Zombie-Monster, das du kontrollierst, verbanne es, dann kannst du ein Zombie-Monster mit null Verteidigung von einem Deck auf den Friedhof legen. Also quasi eine, ja, foolish Burial für die Shiranuis, den ihr jeden Zug wieder benutzen könnt. Auch ganz praktisch. Ich persönlich bevorzuge den ersten Effekt, wenn ihr das im ersten Zug machen könnt. Also Succession rauslegen, Effekt aktivieren und dann euren Spiritualist beschwört, kriegt ihr einfach wirklich die Möglichkeit, einfach eure Monster aufs Spielfeld zu stellen, ohne dass der Gegner da reinpfuscht. Das ist ein sehr gefährlicher Effekt, meiner Meinung nach, und eine wirklich gute Karte. Dann haben wir noch eine Fallenkarte im Set, und zwar die hier. Shiranui-Style-Skill. Beschwöre ein Zombie-Monster, Spezialabschwörung von deiner Hand, aber verbanne es, wenn es das Spielfeld verlässt. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, dann wähle ein Zombie-Monster, das du kontrollierst. Für den Rest des Spielzugs bleibst du von den Effekten anderer Karten unberührt. Du kannst nur einen Effekt von Shiranui-Style-Skill pro Spielzug aktivieren und nur einmal pro Spielzug. Ein interessanter Effekt, ein Monster von der Hand zu specialen, ist für eine Fallenkarte halt einfach relativ langsam, das macht es ein bisschen schade und weniger spielbar. Der Friedhofseffekt, der hilft mir aber sehr, sehr gut. Ihr könnt ein Zombie-Monster wählen, das ihr kontrolliert und das einfach für den Rest des Zugs von allen Effekten schützen. Das kann sehr hilfreich sein. Das könnte so eine One-Off-Karte in einem Shiranui-Deck sein, beziehungsweise vielleicht auch, könnte man sie auch zweimal spielen. Einige werden sie wahrscheinlich dreimal spielen, wenn sie denken, die Beschwörung von der Hand sei gut. Ich bin der Meinung, es ist zu langsam, weil es eine Fallenkarte ist. Sie müssen Zug warten, die kann zerschossen werden. Den genischen Zug wollte eigentlich nicht unbedingt was von der Hand specialen. Von daher nicht die beste Fallenkarte vom Primäreffekt her, aber der Friedhofseffekt ist wirklich sehr, sehr nice. Ja, das waren sie, die neuen Shiranui-Supportkarten in Savage Strike. Wir werden uns natürlich auch das restliche Set noch anschauen. Es wird noch weitere Previews geben für euch und wir werden noch ganz viele interessante Karten entdecken. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welches Thema wir als nächstes anschauen sollen. Möchtet ihr die Guardragons sehen oder den Neos-Support oder was interessiert euch als nächstes am meisten? Schreibt es mir in die Kommentare, ich freue mich von euch zu hören. Wir sehen uns dann in der nächsten Set-Preview hoffentlich wieder hier zu Savage Strike und bis dahin wünsche euch ganz einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, Leute. Bis dahin.